Ich hörte ein paar Norden-Irland-Fans, die sagen, dass deine Gefahr ist, weil Will Griggs auf Feuer ist. Ist das korrekt? Oder sagst du, nein, 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 nein. Wer, glaube ich, jetzt vor kurzem mitgekriegt, also diese ganze Thematik finde ich großartig. Ich glaube, oder ich hoffe, ich bin nicht der Einzige, ich werde morgen mal versuchen, ob er vielleicht sein Trikot entbehren kann, weil diese Story ist halt einfach wirklich großartig. Er soll nicht treffen, das muss nicht unbedingt sein, aber ansonsten bin ich jetzt schon ein großer Fan von ihm.